Jo, hallo Leute, hier ist Neson Albano, ich bin neu hier auf YouTube und ja, ich mach nicht so welche Vlogs oder so, irgendwelche witzigen Videos, ich mach, wenn ich erst bin, ich mach, ich fang an Netzplay zu machen, und zwar von verschiedenen Games, ähm, zum Beispiel wie Reasons 1 und 2, Fischkolle Darkness 1 und 2, ähm, hundertprozentig mein Crowd, vielleicht würde ich sogar schon damit anfangen, äh, Moja hat eben und vieles mehr, ja, vielleicht noch ein paar, äh, so, keine Ahnung, so welche Array-Nash, oder, jetzt ist es? Ja, egal, also halt eben so welche Spiele wie, ähm, Final Fantasy und, ähm, Grand Phantasia auch so, verschiedenes, und, ähm, meine, ich hab zwei Fragen, die erste Frage ist wegen Minecraft, ja, da fang ich erst mal damit an. Wenn ihr einen Server habt, ähm, ob, könnt ihr mich da vielleicht, ähm, die IP dafür geben und den Namen vielleicht, äh, mit dem Spiel treten könnte? Ich kann euch vielleicht helfen, wenn man was zu bauen. Oder vielleicht, ähm, ja, vielleicht könnt ihr mir auch zeigen, wie man einen Server erstellen kann. Ähm, und, ja, meine zweite Frage, okay, meine zweite, die Frage ist nicht richtig eine Frage, äh, ich gesagt, Entschuldigung, ich entschuldige mich, falls, äh, die ist irgendwie, ich kopfüberstehe, äh, sieht gerade so aus, so wie ich kopfüberstehe, das, dafür muss ich mich entschuldigen, ich kann auch nicht so viel, okay? Ähm, ja, und, das war, na, okay, das war's doch nicht. Hier unten, oder, falls es über Kopf steht, hier unten, sag ich mal, hier unten, setze ich linken, hier, das Hannibal-Texture-Pack, meine Kraft. Und, das ist ein mieser Texture-Pack, natürlich auch. Und, ja, das war mein erstes Video, ciao!